Stillfalt-Notizen mit Informationen zum mysteriösen Kalk, also öffnet die Karte, dann habt ihr da 5 Punkte, wo ihr hin müsst, landet hier zum Beispiel beim untersten, ich würde euch empfehlen hier zu beginnen, geht hier zu der Kiste hin, interagiert hier mit der Kiste, jetzt setzt ihr euch die Markierung beim nächsten Punkt, geht dann hin, dann kommt ihr hier zu diesem Gebäude hin, betretet das Gebäude, geht hier nach rechts, hier könnt ihr wieder mit der Kiste interagieren, den nächsten Punkt seht ihr, findet ihr auch hier direkt ums Eck, betretet hier das Gebäude, dann habt ihr die dritte Notiz, zeige euch das Ganze wieder hier auf der Karte, interagiert hier auch wieder mit der Kiste, wie ihr seht, habt ihr die Notiz 4 auch hier, geht jetzt hier raus, klettert hier über den Zaun und hier hinten habt ihr die Kiste, interagiert mit der Kiste, jetzt habt ihr nur noch eine Notiz, die ihr einsammeln müsst und wie ihr seht, ist die ganz hier oben, setzt euch wieder eine Markierung, geht dann zu der Markierung hin, wie ihr seht, habt ihr hier die Kiste Nummer 5, jetzt müsst ihr hier noch die Notiz einsammeln und schon habt ihr die Phase 1 der Aufgabe erledigt, habt ihr, äh, und